Ich glaube, wir standen in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut in der Abwehr und vorne haben wir noch die Tore gemacht. Das war das Glückliche heute, aber ich glaube, wir sind momentan ein bisschen zu fahrlässig, wenn wir eine hohe Führung haben. Ja, weil wir gedacht haben, der Sack ist schon zu und dann ein bisschen runtergefahren haben von der Konzentration und Intensität. Und deswegen wurde es dann nochmal eng bis zum Schluss. Immer schwierig, wenn man sieht, wie das Turnier im Moment ist. Das ist alles ein bisschen verrückt. Da gibt es schon verrückte Ergebnisse und man sieht, die Teams sind alle immer enger zusammengerückt von Jahr zu Jahr. Von daher ist es immer kein Selbstläufer, weiterzukommen. Da müssen wir uns jetzt schon drüber freuen. Wir müssen uns natürlich aber auch in so Phasen, wo es vielleicht mal nicht läuft, da müssen wir einfach abgezockter sein. Absolut. Was bringt es dir, wenn du die drei Spiele jetzt hier dominierst und nachher zwei wichtige Spiele in der Hauptrunde verlierst? Wir sind da mit dem blauen Auge vielleicht davon gekommen und jetzt wollen wir einfach in der Hauptrunde es besser machen und haben, glaube ich, noch alles in der eigenen Hand. Absolut. Also wir haben sehr, sehr gut teilweise in der ersten Halbzeit in der Abwehr gestanden, auch in der zweiten Halbzeit. Da können wir gut zufrieden sein. Ja, jetzt erholen. Jetzt haben wir drei Tage Zeit und dann geht es in Wien richtig los. Ja, klar freuen wir uns jetzt auf die Hauptrunde. Auch wenn wir jetzt noch keine Topleistung gezeigt haben oder vielleicht gerade deshalb haben Bock, das zu zeigen. Ja, klar. Ja, klar. Vielen Dank.